Untertitelung des ZDF, 2020 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 wie den Tag der Sanz begann. Ein schöner Tag voller Harmonie ist wie ein Edelstein. Er freit euch an und ruft euch zu, euch sollt ihr glücklich sein. Und was das Schicksal euch aufbringt, was immer kommen war. Es bleibt doch die Erinnerung an einen schönen Tag. Ich schief euch an. Für mich will es nicht so gut sein. Immer wieder auf die Erinnerung an. Ich hab die Erinnerung an. Und wir haben ihnおbrechtet. Ich bitte los. Ich bin natürlich ... Ich bin irgendwie irgendwie ... Ihr selber durchgezogen. Ich bin irgendwie ... ... ich bin so ganz wichtig. Ich bin mir nicht. Ja. Ich bin irgendwie ... Vielen Dank.